Das ist er, der Prototyp der neuen Aufklärungsdrohne. Ein unbemanntes Kleinflugzeug, bereit zum Start auf der Abschussrampe. Ab Ende nächsten Jahr will die Armee 28 dieser Drohnen zu Aufklärungszwecken aus dem Himmel einsetzen. Das Parlament hat da für 350 Millionen Franken bewilligt. Starten und Landen dient schon in Zukunft auf dem Flugplatz Buchs, produziert werden sie aber in der Flugzeugewärme im Luzernischen Emme. Der Nidwaldner bleibt neben einer besseren Flugplatz-Auslastung v.a. der Lärm. Der Lärm nach unserer Ansicht ist gering. Also der fällt sicher nicht ins Gewicht. Und die Sicherheit ist gleich gut, wie im normalen Flugbetrieb, wie bei einer Landung eines normalen Jets. Das war nicht immer so. Erst im letzten Februar ist im Kanton Schweiz bei einem früheren Testflug eine Drohne haarscharf neben einem Einfamilienhaus abgestürzt. Die technischen Probleme scheint man jetzt im Griff zu haben. Die Fernsteuerung des Bodenhäuses hat heute jedenfalls funktioniert. Ab Ende nächsten Jahres wird man auch Katastrophenfälle in Friedenszeiten, die drei Bilder aus dem Himmel haben. Vielen Dank. Vielen Dank.